Herzlich Willkommen zum ROCKCAST, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Crystal Rock, dem stärksten Bio-Albers-Lieferanten und Gründer von ROCKSPORTS. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom ROCKCAST. Es geht wieder weiter. Mein Name ist Crystal Rock, Gründer und Inhaber von ROCKSPORTS, Bio-Sportnahrung, die aller feinste Sportnahrung in Bio-Qualität. Herzlich Willkommen, ich hoffe dir geht's gut, du bist gesund, du kannst dieses traumhafte Sommerwetter genießen. Ich nehme dir Folge gerade auf, Anfang Juli 2020, Sommer ist da traumhaft, ich bin ja ein kleiner Sommerjunge, am liebsten würde ich den ganzen Tag nur in Badehose herumlaufen. Geht nicht immer, ich schaffe es immer öfters, aber ja, und ich hoffe dir geht's genauso gut und du kannst alles so genießen. Ja, ich habe heute ein Thema mitgebracht, das mir in den letzten Monaten, oder nicht nur Monaten, sondern Jahren unglaublich viel Mehrwert gebracht hat. Und wenn du den ROCKCAST schon kennst, dann weißt du, meine Mission ist es, dass ich genau diese Key-Earnings, die mir weitergeholfen haben, die kurz und knackig für dich aufarbeite. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich eben nicht der Einzige bin, der von solchen Methodiken von Key-Earnings profitiert. Und das Feedback von euch, von dir, vielleicht auch von dir persönlich, zeigt mir, dass es was bewegen kann. Und das ist eine riesengroße Freude für mich. Das ist auch der Grund, warum ich jeden Sonntag seit über 130 Folgen meine Live-Sendung auf Facebook mache, RockTV, falls du das noch nicht kennst, schau mal vorbei. Und das ist auch der Grund, warum ich den ROCKCAST Woche für Woche neu aufnehme, weil mich dieses Feedback so motiviert. Ja, was habe ich heute für ein Thema mitgebracht? Heute geht es um das Thema Visualisierung. Jetzt wird sich der eine oder andere denken, visualisieren, das habe ich schon 27 Mal gehört und so weiter. Ich kenne schon, ich schalte ab. Meine Empfehlung ist, schalte nicht ab. Warum? Weil es heute Inputs gibt, wie du das Ganze in die Praxis umsetzen kannst. Ich habe mich lange mit dem Thema Visualisierung beschäftigt, habe es aber ehrlicherweise erst vor einigen Jahren wirklich verstanden. Ich habe das Grundkonzept mitbekommen, wie das funktioniert. Okay, da denkt man an was und dann erreicht man das vielleicht. Aber es hat ein gewisser Lerneffekt dabei sein müssen, dass ich dieses Visualisieren tatsächlich, wie soll ich sagen, in der Praxis umsetzen konnte. Das sind nämlich zwei Paar Schuhe. Und mit der heutigen ROCKCAST Folge möchte ich dir zeigen, wie das geht. Und völlig egal, welches Ziel es ist, ob das ein privates ist, ein berufliches, ein wirtschaftliches, ein persönliches, ein sportliches, völlig egal. Das Thema Visualisierung funktioniert. Und wie das funktioniert, möchte ich da gleich ganz zu Beginn einmal mit einem Klassiker beschreiben. Stell dir einfach vor, egal wo du gerade bist, ob du im Auto bist, ob du gerade bügelst, ob du läufst, ob du schwimmst unter der Dusche, habe ich auch schon einmal gehabt. Völlig egal, was du gerade machst. Stell dir vor, du erhältst in deiner Hand eine richtig frische, sonnengelbe Bio-Zitrone. Traumhaftes Gelb. Du nimmst die Zitrone, hältst sie zur Nase, atmest du mal ein, du riechst diese richtig frische, feine, gelbe Zitrone. Du riechst auch ein bisschen das leicht Zitronensäuerliche, der Zitronensaft, der da drinnen ist. Du nimmst ein Messer, schneidest die Zitrone in zwei Hälften, nimmst du wieder eine Hälfte davon, riechst wieder dran und du merkst schon, wie du es aufgeschnitten hast, tropft der eine oder andere Tropfen Zitronensaft runter, du riechst noch einmal dran, boah, richtig, richtig feine, säuerliche Zitrone. Und jetzt nimmst du dir diese Hälfte und beißt so richtig herzhaft rein. Und beim Reinbeißen merkst du, wie diese Säuerliche in der Mundhöhle beginnt einfach dich zu erfrischen, die Augen ziehen sich zusammen, ganz richtig feine Zitronenerlebnis. Ich formuliere es einmal so. Ja, und du wirst es vielleicht gemerkt haben, wenn du dir dieses Erlebnis wirklich vorgestellt hast, dass sich plötzlich in deinem Mundraum was getan hat, sprich, der Speichel sammelt sich. Das heißt, diese Zitrone, die es in Wahrheit gar nicht gibt, also zumindest in unserem Beispiel jetzt, führt dazu, dass in deinem Körper Reaktionen passieren. Oder genau das Gleiche. Du kennst es vielleicht, wenn du am Abend an Gustorf etwas hast und bei der Nachhausefahrt denkst du schon an, boah, im Kühlschrank ist das und das, Fruchtjoghurt beispielsweise, dann läuft da während du noch im Auto sitzt schon der Speichel alles zusammen, weil du dir vorstellst, wie du in dieses richtig feine Naturjoghurt, Früchtejoghurt, was auch immer, löffelst. Das heißt, der Körper, das habe ich schon in einer der letzten Rockcast-Folgen erwähnt, unser Körper ist nicht in der Lage zu unterscheiden, ob etwas wirklich passiert, sprich, ob wir tatsächlich jetzt gerade in eine Zitrone reinbeißen oder ob wir uns das nur vorstellen. Und dieses Wissen können wir konkret für unsere Ziele einsetzen. Sprich, der Körper ist nicht in der Lage, Realität von einer guten Vorstellung, von unserer Fantasie zu unterscheiden. Und der Einstein hat damals schon gesagt, Fantasie bzw. Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Und das zeigt dann auch, wenn wir uns etwas vorstellen können, können wir es auch erreichen. Und genau in diese Kerbe schlägt das Thema Visualisierung. Ich möchte nicht nur diese Theorie unter Anführungszeichen zeigen, sondern möchte ein paar Methodiken mitgeben, die bei mir extrem gut funktionieren. Und wie ich es eingangs gesagt habe, der Rockcast, den nehme ich auf, um dir Mehrwert zu bringen. Und das, was mir weiterhilft, möchte ich entsprechend weitervermitteln. Genau das machen wir heute. Ja und genauso wie jetzt der Speichelfluss bei dir zu fließen beginnen hat, bei der Zitrone, so kann man das natürlich auch auf ganz andere Erlebnisse ummünzen. Und da möchte ich da einfach ein persönliches, aktuell gerade stattfindendes Thema mitnehmen. Und zwar Ende September wird die Powerlifting-Staatsmeisterschaft stattfinden. Da werde ich wieder starten. Powerlifting, nichts anderes wie Kraft-Dreikampf, Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben auf Maximalkraft. Das ist was, was mich einfach die letzten zwei Jahre mittlerweile extrem begeistert, macht extrem Spaß. Ja und wenn das Ganze dann auch wettkampftechnisch nicht stattfindet, umso besser. Und das ist eben Ende September soweit. Staatsmeisterschaft, österreichische Staatsmeisterschaft. Ja und was mache ich? Ich möchte natürlich meine persönlichen Rekorde der letzten Meisterschaft, das war die Landesmeisterschaft, brechen. Ich möchte mich wieder verbessern. Und genau für dieses Event, für dieses Brechen meiner persönlichen Rekorde, dafür wende ich diverse Visualisierungsmethoden an. Und wie ich das genau mache, das möchte ich dir jetzt zeigen. Und mir ist wichtig, deshalb das Beispiel mit der Staatsmeisterschaft, dass du wirklich ein Praxisbeispiel hast, das du da, wo du siehst, wie man das konkret anwendet. Denn in der Theorie kann man es immer schön lesen und tun, oder nicht lesen, aber verstehen. Aber in der Praxis das umzusetzen, ist ganz was anderes. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Ich habe viel, 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 viel gehört, gelesen über das Thema Visualisierung, bis ich es aber wirklich selbst im Alltag machen konnte. Das hat einige Zeit gedauert. Ja und jetzt startet man direkt los. Wie gesagt, das Ziel ist es, Staatsmeisterschaft Ende September, meine persönlichen Rekorde zu holen. Was mache ich? Ich gehe im Prinzip her und schaue, dass ich mir genau diesen Tag, genau diesen Moment, wo ich auf die Wettkampfplattform gehe, da draußen die Wettkampfrichter warten, das Publikum wartet, der Moderator schreibt meinen Namen raus, es heißt dann immer, die Handel ist bereit. Das bedeutet, die Gewichtestecker haben die Handel mit dem Gewicht vorbereitet. Und genau dieser Moment, ein paar Sekunden davor, wenn es richtig die Post abgeht und du trainierst monatelang für diese paar Sekunden, genau diesen Moment, den hole ich mir im Rahmen der Visualisierung nach Hause. Am besten hinsetzen, Augen schließen und folgendes machen, was ich dir jetzt sage. Übrigens vorab, sollte das zu Beginn noch nicht so gut funktionieren, sprich diese Vorstellung, diese Visualisierung, keine Sorge, das ist völlig normal. Das war auch bei mir früher so. Unser mentaler Muskel ist wie tatsächlich ein mechanischer Muskel. Wenn du nie trainierst, naja, dann kannst du auch kein schweres Gewicht heben. Unser Muskel braucht auch Reize, um zu wachsen. Und genauso ist es auch bei unserem mentalen Muskel. Sprich, auch das Thema Meditation will gelernt sein. Und genauso ist es auch bei der Visualisierung. Das heißt, sollte das zu Beginn noch nicht so funktionieren, wie du dir das vorstellst, lass dir den Kopf nicht hängen, mach das Stück für Stück weiter. Du wirst merken, es zahlt sich aus 100%. Das war bei mir so. Und wenn ich das schaffe, dann schaffst du das ganz leicht. Ja, auf alle Fälle zurück zur Staatsmeisterschaft. Ich weiß genau, Trittversuch im Kreuzheben. Ich weiß genau, da sollen meine, das Gewicht, da bin ich jetzt nicht. Ich möchte genau mein Rekordgewicht, das habe ich da vorne liegen, sozusagen. Ich stehe jetzt in meiner Visualisierung direkt neben der Wettkampfbühne. Ich sehe da draußen die Hantel liegen. Ich sehe, wie die Wettkampfrichter sitzen. Ich sehe, wie die Zuschauer da sitzen. Ich höre die Musik spielen. Ich weiß genau, in 15 Sekunden ist es soweit. Dann erklingt es, die Hantel ist bereit. Sprich, ich kann direkt auf die Wettkampfplattform gehen. Und was mache ich in dieser Situation? Wenn ich dann da sitze, die Augen schließe, stelle ich mir genau vor, wie ich da gerade da stehe. Ich habe die Wettkampfmontur an. Ich habe den Gewichthebergürtel an. Meine Hände sind voll mit Magnesium. Das heißt, ich habe eine richtig gute Griffkraft. Und ich frage mich dann, oder gehe alle einzelnen Sinne durch. Wie riecht es dort? Ganz typisch, die Powerlifter kennen es. Wenn du das Magnesium riechst. Wenn du das Eisen riechst. Das ist ein ganz spezieller Geruch. Wie ist die Temperatur dort? Welche Menschen sind bei dir? Welcher Mensch coacht dich heute? Ist er ein guter Freund? Ist er ein Trainingspartner? Wie auch immer. Wo genau stehst du in dieser Visualisierung, wenn du einfach hier stehst und dich umschaust vor deinem geistigen Auge? Was siehst du alles? Du wirst merken, je detailreicher du dir das anschaust, desto realistischer wird das Ganze. Und wenn du das ein paar Minuten machst und du öffnest dann nach dieser Visualisierung wieder die Augen, merkst du, boah, du warst komplett in dieser Situation drinnen. Das heißt, meine große Empfehlung, gehe jede einzelne deiner Sinne durch. Schau dich um. Hör dich um. Rieche. Vielleicht sogar schmecke. Je nachdem, was dein Ziel ist. Gehe auf alle Punkte ein. Wie gesagt, wie ist die Temperatur? Du merkst, wenn ich mich beim Powerliften aufwärme. Das ist so eine typische Wärme, die durch den ganzen Körper geht. Ich merke, das zentrale Nervensystem ist aktiviert und ist bereit, richtig Vollgas zu geben. Und diese Visualisierung sorgt einfach dafür, jetzt gehen wir zurück zu dem, was ich eingangs gesagt habe, wo unser Körper nicht unterscheiden kann, passiert es oder passiert es nicht. Diese Visualisierung sorgt dann dafür, dass gewisse Emotionen im Körper entstehen. Es entsteht eine gewisse Vertrautheit, wenn wir das Stück für Stück von Mal zu Mal visualisieren. Und ich kenne es von meinen letzten Wettkämpfen. Ich kenne es von großen Events, wo ich mich mit Visualisierung vorbereitet habe. Du bist dann, wenn dieses Event wirklich stattfindet, da und hast so ein richtig vertrautes Gefühl, weil du warst im Rahmen der Visualisierung schon zehnmal an diesem Ort und hast zehnmal genau das gemacht. Das heißt, du bist diese Mental Preparedness, du bist mental vorbereitet. Genau dafür ist diese Visualisierung unglaublich hilfreich. Und da gibt es ein cooles Zitat, das sagt, um hinzukommen, musst du schon mal dort gewesen sein. Um hinzukommen, musst du schon mal dort gewesen sein. Und dieses Hinkommen meint eben genau die Zielerreichung. Und du musst schon mal dort gewesen sein, naja, ich kann jetzt nicht die Staatsmeisterschaft im Paullifting zu Hause machen, aber ich kann sie durchvisualisieren. Sprich, ich war schon mehrfach dort, wenn ich dann im September antrete, ich war schon mehrfach dort, weil ich mir das alles schon durchgedacht habe. Wie fühlt sich das an mit den 270 Kilo in der Hand? Wie spürt sich das im ganzen Körper an? All diese einzelnen Elemente durcharbeiten, ist ein unglaublich geiles Gefühl. Und das ist im Prinzip Methodik Nummer eins. Das heißt, die klassische Visualisierung, dich in deine Zielsituation reinversetzen und mit allen Sinnen das Spüren, Riechen, Sehen, Hören, was auch immer. Je teilgetreuer, desto besser. Und wenn du dir etwas vorstellen kannst, naja, dann kannst du es auch erreichen. So einfach ist es. Und ich bin überzeugt davon, dass dann alles so kommen wird, wie du es dir vorstellst, wenn du das nur regelmäßig machst. Und die notwendigen Ingredienzien, die du dann brauchst, um das Ziel dann zu erreichen, die werden dir zugespielt. Das hört sich jetzt blöd an und wenn ich das meinem Ich vor zehn Jahren erzählt hätte, hätte ich mir gedacht, Junge, du musst einmal unbedingt deine Pülferchen einstellen lassen. Ich habe aber die letzten Jahre Erfahrungen gemacht, wo ich sage, es ist tatsächlich so. Wenn du etwas visualisierst, deine Wahrnehmung ändert sich, die selektive Wahrnehmung in einer der letzten Rockcast-Folgen schon angesprochen. Deine geistige Brille, dein Filter, der ändert sich, von daher ganz, ganz wichtig. So, Punkt Nummer eins war eben die Visualisierung, dir das wirklich quasi im Rahmen einer kleinen Meditation vorzustellen. Wenn du sagst, Meditation ist nett, aber ich möchte das auch noch in einer anderen Form machen, kann er da noch einen zweiten Tipp mitgeben, der bei mir sehr, sehr gut funktioniert. Wenn du schon mehrere Rockcast-Folgen gehört hast oder wenn du bei meinen Vorträgen schon dabei warst oder die eine oder andere Rock-TV-Sendung schon gesehen hast, dann weißt du, ich bin ein riesengroßer Verfechter von dem Prinzip Denken auf Papier. Und die zweite Methode spielt genau auf das auf. Die Methode nenne ich persönlich der perfekte Tag und die setze ich auch immer ein für, oder nicht immer, aber ja, großteils bei meinen lieben Rock-Prinzip-Kunden, Rock-Prinzip-Klienten. Das Rock-Prinzip ist mein Online-Coaching, wo ich Leute über sechs Monate lang hinweg begleite und wo wir an den individuellen Zielsetzungen arbeiten. Da geht es eben nicht nur um Training und Ernährung, sondern auch um Regeneration und vor allem auch um das Thema mentale Stärke, Mindset und dementsprechend auch um das Thema Visualisierung. Wenn das Thema für dich interessant ist, ich will dir jetzt gar nicht zu viel darüber sagen, check einfach www.rock-sports.at slash das Rock-Prinzip zusammengeschrieben aus, dann siehst du die ganzen Infos dahinter. Ja, auf alle Fälle, diese Methode verwende ich dort auch und die heißt der perfekte Tag. Im Grunde ist es sehr, sehr ähnlich zu der Visualisierungsmethode, die ich vorhin erwähnt habe, aber mit dem Unterschied, dass du das Ganze in handschriftlicher Form durchführst. Bedeutet, du nimmst dir dein Journal, du nimmst dir einen Bleistift, Kugelschreiber, was auch immer du gerne haben möchtest und arbeitest diesen perfekten Tag. In meinem Beispiel ist es jetzt nicht der Tag des Ganzen, sondern eben die Staatsmeisterschaft, beispielsweise der Maximalversuch bei der letzten Disziplin, beim Kreuzheben beispielsweise und beschreibe jedes Detail, das ich mir vorher sozusagen nur unter Anführungszeichen vorgestellt habe, jetzt tatsächlich in schriftlicher Form durch. Bedeutet, im Grunde nichts anderes, das was ich mir vorher visualisiert habe, mir in meinem Hinterstübchen vorgestellt habe, das bringe ich jetzt zu Papier. Und genauso wie es oben auch war, je detailgetreuer, desto besser. Schreib jeden einzelnen Sinneseindruck, den du in dieser Situation hast, nieder. Und der Grund, warum das Ganze immer handschriftlich sein soll, den habe ich auch schon viele Male erwähnt, ist einfach, dass es einen vergleicht, wenn du das beispielsweise am Laptop, am Handy oder am iPad schreibst, durch das handschriftliche Niederschreiben passiert einfach deutlich mehr. Warum? Du musst dich, um handschriftlich korrekt zu schreiben, dein Hirn zwingen dich genau, sich genau auf diese Aktion jetzt zu fokussieren. Wenn du das nicht tust, naja, dann verschreibst dich schlicht und einfach. Das heißt, du zwingst in dem Moment, wenn du was schreibst, dein Hirn genauer sich auf diese Situation, auf dieses Geschriebene zu konzentrieren. Bedeutet, dass ein Teil von dem Geschriebenen, wenn du da visualisierungstechnisch ganz tief drinnen bist, einfach viel direkt ins Unterbewusstsein reingeht und das Geschriebene einfach in Herz und Blut übergeht, wenn man es so formuliert. Das heißt, denken auf Papier, perfekt. Und das Papier bedeutet einfach, in handschriftlicher Form. Das heißt, nimm dir den perfekten Tag, egal was dein Ziel ist, bei mir ist es beispielsweise das mit der Staatsmeisterschaft, und schreibe einfach das ganze Erlebnis nieder. Und dann habe ich noch eine dritte coole Methodik, die ich liebe. Und zwar, ich nenne sie immer das Abendessen mit deinen Freunden. Stell dir vor, du hast den Ziel, das du dir gesetzt hast, erreicht. Am Tag X. Und an diesem Abend des Tag X, triffst du dich mit deinen liebsten Freunden, mit deinen liebsten Familienmitgliedern, wer auch immer dir am allernähesten steht. Mit denen triffst du dich am Abend in deinem Lieblingsrestaurant. Es ist ein richtig cooler, gemütlicher Abend. Du genießt noch immer das, wie du dein Ziel erreicht hast. Ja, und wie du dich da mit deinen Freunden hinsetzt, der Kellner nimmt die Bestellung auf und ihr wartet aufs Essen. Und in der Zwischenzeit sagen deine Freunde, hey, du strahlst richtig, was ist denn los mit dir? Und du sagst dann, ja, ich habe mein lang gesetztes Ziel erreicht, es ist alles genauso passiert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und die fragen dann, wow, richtig geil, was ist denn genau passiert? Erzähl einmal den Schritt oder erzähl einmal den Weg, wie du das alles geschafft hast. Das ist ja unglaublich. Und genau hier beginnt die Übung. Nimm dir wieder dein Journal, nimm dir einen Bleistift, nimm dir einen Kugelschreiber und schreib dieses Gespräch, wie du deinen Freunden das erklärst, wie du dein Ziel erreicht hast, nieder. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du da am Abendessen erzählst, wie dein Weg zur Zielerreichung war, zwingst du dich selbst, vom Ende her zu denken. Sprich, vom erreichten Ziel her denkst du rückwärts. Sprich, du überlegst dir, okay, ich habe das Ziel erreicht, was war denn der Meilenstein, der davor wichtig war? Dann hat es vielleicht Ups and Downs gegeben. All diese Dinge beschreibst du deinen Freunden natürlich. Die wollen genau wissen, wie du das Ziel erreicht hast. Und das ist eine richtig geile Methode, weil du dich da zwingst, vom Ende her zu denken und zu schauen, okay, welche Meilensteine waren wichtig, welche Zwischensteps waren wichtig, welche Erkenntnisse waren wichtig. Und im Prinzip, das Ende deiner Erzählung ist, wenn du im jetzigen Tag sozusagen, gerade jetzt, wo du diese Übung machst, startest. Und somit hast du dann Meilensteine, du hast einen Ausblick. Und je detaillierter du dieses Vorgehen deinen Freunden beschreibst, desto besser ist die Visualisierung. Und ich kann es dir nur empfehlen, mach diese Methodik, egal, wie gesagt, mit welchem Ziel du das machst. Es bewirkt etwas, das ist unglaublich. Lest diesen Text dann zwei, drei, vier Tage später noch einmal. Ich kann nur sagen, da gibt es Gänsehautmomente. Wenn du das richtig, voll, mit voller Aufmerksamkeit machst, ein Traum. Richtig, richtig fein, kann ich dir nur empfehlen. Das heißt, da haben wir die drei Methodiken. Das eine ist die Visualisierung an sich, in Form von einer Meditation sozusagen. Das zweite ist der perfekte Tag. Das ist im Grunde diese Meditation nur in schriftlicher Form. Das dritte, wie ich es gerade erklärt habe, das ist das Abendessen mit deinen Freunden, wie ich es nenne. Und natürlich, The Rock wäre nicht The Rock, wenn er nicht einfach nur mehr liefert, als ausgemacht wäre. Ich wollte nicht nur diese drei Punkte liefern, sondern auch noch was Viertes, das ich für mich auch vor einigen Monaten entdeckt habe. Habe ich schon länger gekannt, habe mir aber nie den Aufwand angetan. Was ich aber jetzt getan habe. Jetzt nicht bezogen auf das Powerlifting-Thema, sondern auf meine große Rocksports-Vision. Boah, kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich an das denke. Und zwar Methode des Mind Movies. Mind Movie, was ist das? Heutzutage so easy zu machen, war früher viel mehr Aufwand. Mind Movies sind im Grunde nichts anderes, als wäre eine Mind, eine, wie heißt sie, eine Vision Map, auf gut Deutsch, auf Englisch. Eine Vision Map, die ja nichts anderes ist, als stell dir vor ein Blatt Papier vor dir. Und da sind alle, ja, auch wieder Sinnesendrücke drauf. Beispielsweise Klassiker, dein Lebensziel, ein schönes Haus, eine schöne Frau, ein schöner Mann, eine coole Familie, ein schönes Auto, ein sportlicher Körper. All diese Bildchen ausgeschnitten, früher haben wir es von der Zeitung ausgeschnitten und aufgeklebt. Jetzt kann man das alles natürlich am PC machen. Das ist sozusagen dieses Vision Board, wo auf einem Blick sozusagen deine gesamten Zielsetzungen entstehen. Und das Ganze kann man auch nicht nur im Bild, sondern im Video vormachen. Da sind wir bei dem Thema Mind Movie. Sprich, ein Mind Movie ist nichts anderes, als eine Abfolge von den Bildern, das können auch Videosequenzen sein, die im Prinzip dafür stehen, für Situationen, die du bei der Zielerreichung erlebst. Und ich habe zum Beispiel, ich will es gar nicht erzählen, am besten, wenn wir uns einmal persönlich treffen, zeige ich dir dieses Mind Movie, das ich mir da gemacht habe. Da ist auch die Musik dabei, die dir Gänsehaut bereitet. Und jedes Mal, wenn ich diese Musik, dieses Lied dann irgendwo höre, ohne das Video zu sehen, kommt wieder die Gänsehaut. Und ich wäre wieder getriggert, genau an das zu denken. Und wenn du dann im Bild, im Ton, im bewegten Bild, deine Zielsetzung siehst, wie du die Zielsetzung erreichst, das ist ein unglaubliches Gefühl. Und ja, es gibt zwei Momente, wo diese Videos am besten funktionieren. Das eine ist, in der Früh direkt nach dem Aufstehen, wo im Prinzip das Tor, in Anführungszeichen, zum Unterbewusstsein noch ein bisschen offen steht. Und das zweite ist, direkt am Abend vorm Schlafen gehen, wenn du vielleicht am Abend noch eine halbe Stunde ein Büchlein liest. Und dann, bevor du das Licht abknipst, machst du nochmal kurz Handy an, wo das Mind Movie drauf ist. Das ist bei mir direkt im Album abgespeichert. Klickst noch einmal drauf, und hörst einfach die Musik, siehst die Bilder, es stehen dann auch kleine Textpassagen in den Bildern drinnen, die ich persönlich für mich gewählt habe. Ja, und dann, damit, mit dieser geilen Stimmung, schläfst du dann ein. Und in der Früh, wenn du aufstehst, gibst du es dem Körper wieder, sozusagen. Du tauchst wieder in diese Zielerreichung ein, mit allen Sinnen. Du hörst, du liest, du siehst, richtig, richtig fein. Und das ist im Prinzip wahrscheinlich eine der stärksten Methoden, neben der Visualisierung, die ich ganz zu Beginn beschrieben habe, die man heutzutage mit ganz, ganz wenig Aufwand machen kann. Mach da dein Mind Movie, das kann eine Minute, zwei Minuten dauern, völlig egal, für dich muss es passen. Ja, und ich kann es dir von Herzen empfehlen, das zu tun. Und wenn du irgendein Ziel hast, wo du sagst, boah, das ist mein großes Goal, das möchte ich unbedingt erreichen, dann ist es das wert, dass du dich dem im Detail widmest und dann empfehle ich dir eben, die Methodiken der Visualisierung zu verwenden. Ja, das war es im Prinzip von meiner Seite. Diese vier Methoden, um hinzukommen, musst du schon mal dort gewesen sein. Das ist etwas, was dem Ganzen zugrunde liegt. Und wie gesagt, auch der Einstein, der Berti, der Albert hat gesagt, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt und diese Fantasie, die Vorstellungskraft, die können wir genau mit so einer Visualisierung einfach noch stärker machen. Und wenn du beim Visualisieren einfach diese Sinneseindrücke sammelst, die du aktuell noch gar nicht in der Realität gemacht hast, sondern nur eben in deiner Vorstellungskraft, du veränderst damit auch deine Wahrnehmung. In einer der letzten Rockcast-Folgen habe ich ja auch darüber gesprochen, unsere geistige Brille, die selektive Wahrnehmung, dass sich die Stück für Stück verändert. Und mit so einer Visualisierung kannst du die zu deinen Gunsten verändern. Und du siehst vielleicht plötzlich Chancen, die du vorher nicht gesehen hättest. Sprich, du trimmst deinen Körper schon auf dieses Erlebnis hin, obwohl er es selbst noch gar nicht erlebt hat. Du wirst Emotionen leben, die du bei der Zielerreichung auch wieder erleben wirst, nur holst du das Ganze schon jetzt in die Gegenwart, obwohl es das Ganze erst in Zukunft passieren wird. Hört sich etwas kryptisch an, aber ich bin überzeugt davon, dass du weißt, was ich damit meine. Ich kann das wirklich von Herzen empfehlen. Tu das bitte, nimm dir die Zeit. Wenn dir das Ziel wirklich wichtig ist, dann ist das eine perfekt investierte Zeit. Ja, soviel dazu. Wenn dir das gefallen hat, wenn du sagst, der Rock, der ist irgendwie komisch, aber der hat ab und zu ein paar coole Inputs, dann freue ich mich, wenn du das Ganze wieder auf Instagram teilst, auf Facebook, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung mit Kommentar auf Spotify darlässt, beziehungsweise auf Apple Podcasts, wenn du mir wieder per Mail Feedback schreibst, auf WhatsApp, auf überall, wo ich mittlerweile das Feedback bekommen habe, freue ich mich extrem. Und ja, in diesem Sinne, happy visualizing, frohe Visualisierung. Ich wünsche dir viele Momente bei der Zielerreichung sozusagen, wenn du dir das Ganze vorstellst und freue mich, wenn ich die ersten Erfolgsmeldungen bekomme. In diesem Sinne, alles, alles Gute, wo du dich gerade befindest, gute Weiterfahrt, gutes Bügeln, gutes Laufen, völlig egal, lass es dir gut gehen und ich wünsche dir von Herzen, dass du deine Ziele so verfolgen kannst, wie ich es hier machen darf. In diesem Sinne, liebe Grüße, bis bald. Ciao, ciao.